Wir sind in der Geschichte der Menschheit an einem Punkt angelangt, wo mehr und mehr Menschen merken, feststellen, dass es absolut nicht alleine geht, dass es nur gemeinsam geht. Gemeinsam, in Respekt vor anderen Menschen, in Respekt vor Tieren, in Respekt vor unserer Erde. Gemeinsam, Gemeinsamkeit, das ist das, was jetzt angesagt ist. Es spielt eigentlich keine Rolle, woher die Dinge kommen, die uns nicht gefallen, die uns das Leben schwer machen. Ja, ganz viele Dinge passieren zur Zeit. Und klar, es kann sein, vielleicht haben da einige Menschen ihre Hände mit im Spiel, wer weiß, wer weiß. Aber tatsächlich geschieht ja nichts, was nicht geschehen soll. Und es geschehen zur Zeit sehr, sehr, sehr viele Dinge, die Menschen, mehr und mehr Menschen wachrütteln. Eigenartige Dinge. Wir hatten einen blutroten Himmel in China, in einer Millionenstadt. Einen blutroten Himmel. Ja, das war natürlich nicht das erste Mal. Das haben wir in der Geschichte schon öfter gesehen. Das gab es in mehreren anderen Ländern. Auch in China gab es das schon mal, vor mehreren hundert Jahren. Es gab es auch im Irak manchmal. Und klar, wir können dafür eine Erklärung bekommen. Wir können uns eine Erklärung überlegen. Das ist ein Lichtspiel. Das ist der Einfall des Lichtes im Zusammenhang mit Lampen von Fischerbooten und, und, und. Und auch die Geschichte, die wir hatten, oder die wir immer noch haben, mit dem C, ja, das ist ja nicht vorbei. Einige denken, ja, es ist vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Dieses C ist eine lebendige Geschichte. Es ist nicht tot. Es ist nicht etwas, was kommt und geht und was wir, ja, was wir ausrotten können, was wir töten können. Wenn es einmal da ist, ist es da und bleibt in verschiedenen Variationen. Ganz klar. Wie gesagt, egal woher es kommt. Es kommt natürlich, und das ist für mich ganz klar, immer vom Schöpfer. Gott hat immer seine Hände mit im Spiel. Nichts geschieht, was nicht geschehen soll. Und ich glaube, es wird mehr und mehr Menschen gerade klar, dass wir alleine hier nicht rauskommen. Es ist nicht mehr der Stärkere gewinnt. Ich will nichts mit den anderen zu tun haben, denn nur alleine bin ich stark. Nein, alleine bin ich schwach. Nur mit anderen gemeinsam kann ich etwas erreichen. Und das zeigt sich jeden Tag in unserem Leben. Jeden Tag wieder aufs Neue. Ja klar, wir sehen gerade in der Gesellschaft auch, dass Gruppierungen sich spalten. Dass das auch mit Hilfe der Medien vielleicht sogar ein bisschen angewackert wird, ja. Einige sind die Bösen, die böse Gruppe oder die gute Gruppe. Wer gehört eigentlich zur böse Gruppe? Es gibt keine böse Gruppe. Es gibt keine bösen Menschen. Jeder Mensch hat Gut und Böse in sich. Das sollte jedem Einzelnen von uns einmal klar werden. Wir schaffen es nur gemeinsam. Und mehr und mehr Menschen merken das. Nicht der Stärkste gewinnt. Nein. Gemeinsam gewinnen wir. Gemeinsam können wir das hier durchstehen. Es wird alles versucht zur Zeit, ja. Alles. Um uns das zu erschweren. Dieses Gefühl. Diese Einsicht. Ja, auch überhaupt darüber zu reden, ja. Menschen, die über die Seele reden, das sind Schwurbler. Das sind Verrückte. Ja, da reden wir nicht drüber. Wir haben sie ja noch nie gesehen. Wir wissen ja gar nicht, was das ist. Stattdessen haben wir Zern. Ja, das ist natürlich die Suche. Letztendlich ist es die Suche nach der Seele. Letztendlich ist es die Suche nach der göttlichen Energie. Nach dem Gottessteinchen. Und das machen die Menschen seit Jahrtausenden von Jahren. Und wir gehen immer einen Schritt weiter. Immer ein Schrittchen weiter. Schritt für Schritt für Schritt. Und ich habe das in vielen Videos schon gesagt. Nicht alles, was wir tun können, sollten wir auch tun, ja. Brauchen wir eine künstliche Gebärmutter? Natürlich kann eine künstliche Gebärmutter niemals das erfüllen, was eine natürliche Gebärmutter erfüllt. Ja klar, der Schöpfer schaut sich im Augenblick vieles an. Das merke ich. Und er greift auch ein. Er gibt auch Zeichen. Er gibt jeden Tag aufs neue Zeichen. Ich hatte das heute für mich selbst aufgeschrieben, weil ich gerade in einer Phase bin, in der es ganz viele Dinge gibt in meinem Leben, wo ich mich kümmern muss, die ich organisieren muss. Und da habe ich nochmal so ein bisschen darüber nachgedacht, wie ich erzogen worden bin von meinen Eltern. Meine Eltern waren sehr liebevoll, aber gleichzeitig auch streng. Das, was man in Englisch, da gibt es dieses wunderbare Wort, in deutscher Sprache gibt es das so nicht, tough love. Also, schwierige Liebe oder, also tough, das ist schwierig, das ist hart, harte Liebe. Liebe bedeutet auch, Nein zu sagen. Liebe bedeutet auch, Grenzen zu setzen. Ja klar, und ich bekam als Kind sehr viele Grenzen gesetzt. Ganz vieles war nicht möglich. 10 Uhr abends zu Hause sein. Unter 18, ja, das war nicht nur von den Eltern, sondern es war sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass Jugendliche unter 18 um 10 Uhr abends nach Hause mussten. Egal, wo wir waren, ja, um 10 Uhr, können sich wahrscheinlich noch einige daran erinnern, in Aachen, im Alteserkeller, da gingen wir gerne hin, 10 Uhr mit 17,5. Um 10 Uhr ging das Licht an, warm, richtig volles Licht. Weg war die Atmosphäre. Und dann wurde kontrolliert, wer ist hier unter 18? Klar, da hat man versucht, sich als Jugendliche so alt wie möglich zu schminken, damit bloß nicht auffällt, dass man erst 17,5 ist. Es war streng. Es war tough love. Und heute habe ich nochmal darüber nachgedacht und habe gedacht, der Schöpfer, der geht nochmal eine Nummer weiter. Ja, meine Eltern waren streng. Tough love, harte Liebe, auch nicht extrem streng, aber sie waren streng. Es gab Regeln. Aber beim Schöpfer gibt es noch strengere Regeln, noch liebevollere Regeln. Keine Regeln, die bestrafen sollen, absolut nicht. Er bestraft nicht. Aber er drückt uns immer wieder mit der Nase auf das, was wir tun. Auf das, was wir Gutes tun, auf das, wo wir an uns arbeiten können, wo wir an unserer Seele arbeiten können und auch auf das, wo wir Fehler machen. Ja klar, jeder Einzelne von uns macht Fehler. Ich mache jeden Tag Fehler. Und dann, manchmal habe ich auch keine Lust, ewig an dieser Seele zu arbeiten. Manchmal habe ich auch einfach nur Lust, meiner Sucht nach Süßigkeiten, zum Beispiel, ja, die habe ich, die ich liebe, Süßigkeiten oder Schokolade, meiner Sucht einfach nachzugehen. Ne? Was denn? Was soll das? Ich habe heute mal keine Lust. Wir sind Menschen. Wir sind nicht perfekt. Und klar, das verzeiht der Schöpfer natürlich. Aber wenn ich mal so wirklich zwei, drei, vier Tage überhaupt keine Lust habe, an meiner Seele zu arbeiten und auch wirklich keine Lust habe, mit dem Schöpfer in Verbindung zu treten, ja, auch keine Lust habe, es muss ja nicht immer Beten sein, ganz im Gegenteil. Es kann auch so im Alltag sein, beim Spaziergang oder beim Blick in die wunderbare Sonne, das wunderbare Wetter draußen. Wenn ich dazu keine Lust habe, ja, oh, dann zeigt er es mir sofort. Ein unruhiges Gefühl in mir oder es passiert irgendwas. Manchmal ganz kleine, ganz verrückte Dinge und manchmal auch große Dinge. Wir werden gerade wirklich darauf hingewiesen, dass wir nur gemeinsam, nur gemeinsam viel erreichen können. Versucht wirklich in eurem Alltag auch darauf zu achten. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie respektvoll? Wie liebevoll? Mit Menschen, mit Tieren und auch mit der Natur, ja? Nichts ist selbstverständlich. Das, was wir gerade haben und glaubt mir, glaubt mir wirklich, jeder Einzelne von uns, egal wie schlecht es uns geht, geht es eigentlich unglaublich gut. Es ist ein wahnsinniges Geschenk, welches wir haben, dass wir immer noch hier sind, dass wir immer noch eine Chance bekommen, an unsere Seele zu arbeiten. Das hier, alleine, dass wir hier sind, ist ein wahnsinniges Geschenk. Wir sollten dieses Geschenk nicht einfach so auspacken und in die Ecke schmeißen. Wir sollten es wirklich, wir sollten es würdigen.